lalala lalala So, der bastelt dann in seiner Windmühle rum. Hi! Grüße! Quatsch! Mit dir reden, hallo! Hi! Was ist los? Wo denn? Ich bin nicht mehr im Lager, ich wollte den Talanern helfen! Was? Verdammt, Wurf, Sie sollten doch da bleiben! Nicht jetzt, Cutter, wir treffen Schwierigkeiten und halten hier nicht für ewig aus! Okay... Wie ist Ihre Position? Moment! Hey! Wo sind wir hier? Wir sind nördlich der Barriere in Shamasa! Barriere in Shamasa? Geht das auch präziser? Ich habe das letzte nicht verstanden, Flake! Gehen Sie nach Nordwesten und bitte pronto! Marion Ende! Wurf, Wurf, komm in Wurf! Verdammt, als wenn ich noch mehr Ärger gebrauchen könnte! So, gut! Wir sollen nach Nordwesten, aber das ignorieren wir erstmal! Nein, die singen wieder! Okay! So, dann machen wir erstmal...